Willkommen zurück zu Resident Evil 3. Weiter geht's hier. Mann, 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 was war das das letzte Mal für eine Munitionsverschwendung? Aber hey, wir haben wieder 15 Schuss. Wir haben die Schottie. Ich meine, die findet vielleicht nicht jeder beim ersten Mal. Da können wir schon froh sein. So, die große Frage der Fragen ist, was nehme ich denn jetzt alles mit? Also viel mehr, ja, habe ich ja nicht. Manche von euch haben gemeint, ich soll mir die Game Instructions durchlesen wegen dem Gunpowder und so. Aber Leute, ich finde eigentlich, das habe ich schon verstanden, oder? Ich meine, die eine Farbe gibt mir halt die normale Muni, die andere Farbe gibt mir Shotgun-Muni. Ich denke, soweit ist das schon klar. Oder ist da noch irgendwas ganz Besonderes, was ich jetzt nicht verstanden habe? Dann werde ich es halt doch lesen. Ja, aber von der Munition, von dem Mischen her, war das eigentlich schon selbsterklärend. Also halte ich mich mal nicht mit dem Tutorial-Gedings auf. So. Ach, Gott erleid. Ja, ich bin schon weg. Die habe ich ja ganz verdrängt. Ja. Tja, ich weiß, dass wir da hinten einen Weg jetzt überhaupt nicht gegangen sind, weil der Zombie verseucht war. Aber ist jetzt ärgerlich. Ich habe jetzt keinen Bock, bei den Hunden vorbei, bei den Zombies vorbei, noch mehr Muni zu verschwenden. Ich denke mal, den richtig fetten Bonus, nämlich die Shotgun, die haben wir ja. Wer weiß, was in der Ecke noch gewesen wäre, aber ob es sich lohnen würde, ich lasse es jetzt einfach mal sein. Ultimativ wollten wir es ja eh nicht durchspielen. Kann ich ja gar nicht hier, wenn ich Spline mache. Also gehe ich erst mal weiter. Ich hoffe mal, dass es hier weiter geht. Ähm, mit einem simplen... Okay, das heißt, wir könnten das eventuell mit einem Dietrich aufmachen, wenn das nur ein simples Schloss ist. Oder ein Dum-Dum-Geschoss. Schwarzschel, weißt du, noch damals, Dum-Dum? Nein, sie weiß es nicht mehr. Sie hat nämlich keins mehr. Weder ein Dum-Dum-Geschoss, noch ein Dietrich. Aber vielleicht finde ich ja noch einen. So, also hier war ich jetzt aber noch nicht, oder? Das kommt mir zwar ein bisschen vertraut vor. Ne, also da hinten so ein kaputtes Wasser-Dingens habe ich noch nicht gesehen. Also jetzt sind wir hier wohl neu. Ja, eindeutig. Das ist fast schon zu ruhig hier. Fällt mir nicht. Ja. Wie geil ist das denn? RPD? Das Polizeirevier? Oh, wie geil! Ja, Leute. Warte, ist rushing out. Ja. Ach. Sag bloß, ich darf da rein. Oh, ich mache ja Freudensprünge, wenn ich da rein darf. Das Polizeirevier aus Resident Evil Teil 2. Ich meine, ich habe ja gehofft, dass wir in irgendein Gebäude mal kommen. Ich meine, so durch die Stadt fetzen ist zwar ganz lustig, aber ihr wisst genau, wie ich dieses Gebäude liebe. Und das Resi-Gebäude ist ja neben dem Herrenhaus mein absolutes Lieblingsgebäude aus der Resident Evil Serie. Und es zieht sich, ja, ich kann da rein, ich werde verrückt. Oh, wie geil. Wer weiß, vielleicht werden wir ja irgendwas Altbekanntes sehen, aus dem Vorgänger. Okay, Leute. Ähm, ja, ich weiß, was jetzt passiert, denn das, ähm, okay, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir... Oh Gott, ich habe ja gar keine Zeit zum Überlegen. Äh, dann haue ich ab. Oh Mann. Äh, ja. Ah, wie geil, das Polizeirevier. Ich werde verrückt. Ähm, ja, was ist da jetzt passiert? Also, ich weiß, äh, aus Erzählungen, ähm, das wusste ich schon sehr lange, dass wir des Öfteren gegen diesen Nemesis, ähm, gegenüberstehen werden. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, äh, zu gehen. Man kann sich ja entscheiden, kämpft man gegen ihn oder lauft man weg. Wenn man gegen ihn kämpft, äh, dann kann man, äh, ihn halt kurzzeitig, denke ich mal, K.O. nocken und man bekommt eventuell was Feindes oder... Ich weiß es nicht. Äh, wenn man wegrennt, dann hat man eben Munition und, äh, Heilsprays und so weiter gespart. Jetzt ist halt für mich die Frage, ist es denn lukrativ, den zu bekämpfen? Weil, äh, mal ehrlich, wenn ich, wenn ich draufkloppe wie ein Verrückter und Munition und, ähm, Heilung verliere und ich bekomme das als Belohnung, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Oder ist das halt so eine richtige, ne, so eine richtig fette Belohnung? Das weiß ich halt nicht. Ähm, ihr müsst mir das auch nicht konkret in den, äh, Kommentaren mitteilen. Vielleicht einfach nur mal sagen, zu was ihr denn tendieren würdet, ohne einen Grund zu nennen. Das möchte ich gar nicht wissen. Aber, ähm, ich werde mich davon auch nicht abbringen. Ich werde das einfach situationstechnisch, ähm, entscheiden, ob ich ihn nun bekämpfe oder ob ich abhaue. Also nur weil ich jetzt abgehauen bin, heißt das nicht, dass ich immer abhaue. Ich wollte eigentlich bekämpfen, aber dadurch, dass ich keine Zeit hatte bei der Schrift, äh, So, okay. Der kommt da jetzt aber nicht rein, oder? Okay. Na gut. Ähm, ja, ich, äh, es kommt auch davon, wenn man zu viel blabbert. Da hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Oh, schade, da ist zu. Also dadurch, dass ich jetzt keine Zeit hatte zu überlegen, bin ich halt reflexartig erstmal weggerannt. Aber in Zukunft weiß ich das ja. Und, weil, ich habe gerade gespeichert. Es wäre eigentlich günstig gewesen, dass ich ihn zumindest mal probiere, wie er so drauf ist. Aber na gut. Ist jetzt passiert. Wir machen weiter. Vielleicht das nächste Mal dann gegen ihn. So, drei grüne Kräuter. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ich freue mich. So, und da haben sie es zugenagelt. Das ist ja fast schade, muss ich sagen, weil, ja, jetzt komplett ihm kloppt drauf. Also, wir werden hier nicht wie in Resident Evil 2 das ganze Gebäude hier, ähm, natürlich haben. Das wird wohl nur ein kleiner Zwischenstopp sein. Aber schaut euch das da nach. Da kommen die Erinnerungen hoch. Da an dieser Stelle, wo man das Steinchen eingibt. Und man einen Schlüssel bekommt, wo wir damals mit Leon und Claire rumgerannt sind. Ah, das war schön. Das war auch ein schönes Let's Play. Viermal durchgezockt, Leute. Zweimal im Let's Play und zweimal im Livestream. Das hat so Spaß gemacht. Wer kann sich da noch dran erinnern? Und wenn ihr es nicht gesehen habt, ich würde es euch empfehlen nachzuschauen. Oder selbst zu spielen. Denn Teil 2 ist für mich immer noch der beste Teil. So, Munition gleich 30 wieder. Freut mich. Hat aber zur Folge, dass ich jetzt schon wieder voll bin. Okay, da ist... Ah, wie klassisch. Da ist die Schreibmächte. Nee, da hat sich nichts verändert. Ja, wenn ich jetzt Farbband hätte. Aber ich habe es jetzt nicht. So, da ist eine Map. Ah ja. Police Station Map. Also, okay. Ist eine deutlich abgespeckte Version gegenüber der von Teil 2 natürlich. Das heißt, wir werden wohl nur in diesem einen Flügel sein. Und dann uns, ähm... Ja, dann werden wir wohl weiterziehen. Aber ich bin mal gespannt, ob es ein paar, ähm... Hinweise zu Lian und Claire gibt. Es scheint ja jetzt doch... Stars Card. Okay. Es scheint da jetzt doch ein paar Stunden oder Tage später zu spielen. Die beiden sind natürlich jetzt nicht da. Also, da wird es jetzt kein Treffen geben oder sonst wie was. Ähm, ja, okay. Ich brauche die Stars Card. Das kennen wir natürlich noch von dem, ähm... Ja. Von dem Vorgänger. Da hatten wir auch eine Karte gebraucht, damit wir überhaupt zum Beispiel hier rein dürfen und so. Oh yeah. Und da sind gleich Zombies. Der kann mal kurz warten. Ich will nämlich erst gucken, wo ich sonst noch wo rein kann. Der Karte zufolge dürfte ja sonst alles abgeblockt sein. Aber das will ich genauer wissen. Hier, ja. Da komme ich auch nicht durch. Schade, schade, schade. Blocked off. Okay. Und die gleiche Musik jetzt auch. Och, toll. Wie gut. Sogar die gleiche Mucke. Ja, da oben die Leiter haben sie auch wieder hochgefahren. Ich frage mich, wer sich hier die Mühe gemacht hat, in solchen Zeiten der Not hier Bretter zu vernageln und die Leiter hochzuschrauben. Ich weiß ja nicht. Aber gut. Ist natürlich spieltechnisch, ähm, am einfachsten so. Da muss ich wohl hier hin. Wir erinnern uns, damals in Teil 2, ha, jetzt habe ich, ne, von wegen blind hier. Ich kenne mich voll aus, wo ich bin. Damals in Teil 2 haben wir hier diesen Polizisten kennengelernt. Wir nannten ihn auch liebevoll, ähm, Will Smith. Weil er ja, ja, dem Schauspieler ein bisschen ähnlich sah. Aber das war nicht Will Smith. Will Smith müsste da hinten in der Ecke liegen. Bin mal gespannt, ob er immer noch da ist. Jetzt schauen wir uns aber erstmal in Ruhe um. So, da schlappelt noch einer rum. Ah, da ist ja noch einer. Ne, das ist jetzt, ah, okay. Das war jetzt ungeschickt. Wollte ich eigentlich wegrennen. Und da ist noch einer. Ja, komm, Kopf ab. Ja, das ist ganz gut. Der macht mir wenigstens keine Probleme mehr. Mist. Das war jetzt sehr uneffizient. Okay, hier habe ich die Ruhe. Hier, ähm. Oh, ich bin ja, ich bin ja noch grün. Ja, dann. Das ist ja das, was ich meine, ne. Ähm. Lieber mal sich beißen lassen, Heilung nehmen, wie ständig zu verschwenden. Gerade diese Kopfabblume, wenn sie diese wegdreht, dann kann man richtig schön gut sparen. Gut. Der steht nicht mehr auf. Doch, er steht nochmal auf. Natürlich blöd, wenn man die Blutlage nicht erkennen kann. So, jetzt steht er aber nicht mehr auf, weil er sich auf den Rücken hat fallen lassen. Das ist auch so ein kleines Indiz. Zumindest wartest das immer. September der 29. Michael Festival. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Aber hier, ihr seht selbst, ne. Welcome, Leon. Die Willkommensfeier, die die Polizeikollegen geplant hatten. Aber zu der es leider niemals kam. Sehr gut. There is a waiting room by the reception desk. Okay. Ich kriege mir nichts. Da war früher Zeug drin. Someone has made quite a mess in here. Okay. Irgendjemand hat hier einen Saustall hinterlassen. Ich weiß nicht. Ich hab mich da nur Zeug rausgeholt. Sonst hab ich nichts gemacht. Naja. Okay. Erstmal nachladen. Das geht leider nur übers Menü, soweit ich weiß. Oder gibt es halt Teil 3 eine Shortcut dafür? Ich glaub nicht. Ach ey, die gleiche Musik ist. Ich feier das so. Und da liegt ja Will Smith, genau. Aber Will Smith hat was Neues. Das hat er in Teil 2 nicht da, diesen Bericht, oder was das ist. Es ist RPT Officer Marvin Brenner. Okay. He's been fatally wounded by zombies. He appears to be holding something in his hand. Okay. Marvin's report. Report. September 24. There's a report of the theft in the multisipitial building before dawn. A civil-decorated clock at the main gate was damaged. Two of the 12 gems that are installed on the face of the clock are missing. Okay. Also irgendwie so eine Uhr, die zwölf Steinchen hat, aber zwei Steinchen fehlen. Das klingt nach einem Rätsel. Eventuell müssen wir die finden. Due of the lack of available officers, at this time I have no choice but to suspend the research of this case. Signed Marvin Brenner. Okay, er hat sich um den Fall gekümmert, aber wir hatten da erstmal an der Akta gelegt. Base on an autopsy report of 42 Jahren. Ah, ja, ich überflieg das jetzt nur und versuch es euch zu übersetzen. Ähm. About 10 M. Where he was shot to death within 10 minutes of having developed a 17... Okay, also ein Restaurantbesitzer hat einer dieser vermissten Steinchen gehabt. Der wurde bei dem Autopsie-Report, wurde das irgendwie bestätigt. Dann haben... Aber wo ist der jetzt? Das ist die Frage. Science, the city is currently under material law. We are forced to suspend this case. At this time we keep the game at evidence. Okay, also sie haben den in Verwahrung gestellt. Also, ne, als Beweismaterial irgendwo hingepferd, verbunkert. Diesen einen Edelstein. Der fehlt, aber dann fehlt ja noch einer. Fotoframe. Familienfoto. Schön. Ja, ich bin mal gespannt. Das wird bestimmt ein Rätsel sein, dass wir diese zwei Steinchen finden müssen. Und in diese Uhr einsetzen müssen. Also das ist natürlich neu. Das wäre doch irgendwie cool, wenn es so einen Bericht schon im zweiten Teil gegeben hätte, oder? Und Leon und Claire hätten damit nichts anfangen können. Weil Steinchen, die wurden nie gefunden, oder so. Und jetzt erst... Ja gut, aber das kann man nicht erwarten, weil... Wenn die an RSI 2 hocken, kann man nicht erwarten, dass die da schon Sachen aus Teil 3 einbauen. Das ist ja eigentlich unmöglich. Aber cool wär's. Na gut. Also hier scheint nichts mehr zu sein. Ich check noch ein bisschen die Schreibtische. Da liegt so viel Zeug rum, da kann man schon mal was übersehen. Aber das ist nichts. Dann geht's mal weiter. Okay. Ich höre mal nichts. Das muss ja dem Spiel nichts heißen. Bin mal gespannt, wann der erste richtige Schocker kommt. Das sieht ja aber ganz stark nach so einem Edelstein schon aus, den wir... Oh, ich kann nicht mehr tragen. Na toll. Kann doch nicht wahr sein. Das ist garantiert der Stein, von dem wir gelesen haben, weil da wird ja Beweismaterial aufbewahrt. Das ist auch das Einzige, was aufgeht und was leuchtet. Das ist jetzt nur blöd, dass ich es nicht mitnehmen kann. Ich werde es brauchen. Bis hier auch... Ja gut, ob ich zu einer Kiste komme? Eigentlich schon, wenn die Tür weiter... Äh, wir gucken mal. Jetzt erstmal schauen, ob da um der Ecke nichts kommt. Da kommt nichts. Da leuchtet noch was für mich. It's the locked with a number base lock. Okay, ähm... Ja, toll. Ein Sicherheitsschloss. Wie viele Zahlen gibt man denn hier ein? So, jetzt die zweite. Mache ich mir die eins. Die dritte. Okay. Und die vierte. Okay, also durchgraden ist nicht. Ich muss ein Code finden. Mit vier Zahlen sind mir die Möglichkeiten zu viel. Okay. Wir haben bisher keinen Code gefunden, oder? Ich kann mich zumindest da keinen erinnern. Oh ja, ich glaube nicht, dass wir da schon was hatten. So, ich mache jetzt hier ein Dreierkraut. Dann können wir nämlich den Stein mitnehmen. Das wäre mir zu blöd, wegen dem wir zurückrennen zu müssen. So. Und ich hoffe jetzt inständig darum, dass wir eventuell, ähm, hier in dem... Korridor, der gleich kommt, äh, auch zu dem Speicherraum dürfen. Das wäre äußerst praktisch. So, da ist sonst nichts mehr. Hallo, schöne Lady. Ich glaube, du hattest schon mal bessere Tage, ha? Was machen überhaupt die Zombies alle hier? Ich habe die in Teil 2 so schön ausgeräuchert. Wie seid ihr hereingekommen? So, leg dich hin. So. Aber es ist eine tolle Zombie-Modelle, muss man auch mal wieder sagen. Also, so schön unterschiedlich, wie die immer aussehen. Das wird mir jetzt zu knapp. Deswegen... So. So geht's immer noch. Jetzt habe ich meine Ruhe. Wenn jetzt noch was aufsteht, dann bitteschön. Äh, wie geil! Also, ich bin's ja schon aus früheren Teilen gewohnt, dass da der Torso noch rumschlappt. Aber die Beine alleine sah ja auch mal geil aus. Okay, der ist kaputt. Oh, Mann. Wie creepy hier. So. Ja, hier... Moment, lass mich mal... Also, das wundert mich, dass die jetzt aufgeht, weil... Wenn wir nämlich den Korridor hier durchlaufen, dann kommen wir zu der Tür, die aber in der Eingangshalle blockiert ist. Das finde ich ja cool. Das heißt, hier geht's nicht weiter. Das heißt, hier mache ich weiter. Weil, ne? Da, wo es weitergeht, da will ich ja jetzt noch nicht hin. So. Oh Gott, das ist ein Hund. Ja, ich habe gerade das Tapsen gehört. Shit, die muss ich jetzt machen. Das ist mir zu eng hier. Ah! Okay. Shit, das sind zwei. Ich hasse es. Ich kann eigentlich ganz gut mit den Hunden gehen, wenn es einer ist. Wie ihr seht, aber... Ah, das war schön, oder? Ja, das war nicht schön. Ach, das ist jetzt einfach blöd. Von der Sicht, da verliere ich jetzt natürlich auch einiges. Oh, aber sie hält viel aus, muss ich sagen. Da lebt er noch. Immer noch ist hier im gelben Bereich. Oh, das ist ja noch human. So, jetzt habe ich wenigstens wieder einen Slot frei. Oh Mann. Ja, also wie gesagt, ich... Ich würde jetzt nochmal zurückgehen kurz. Aber wir gehen dann gleich da weiter, weil... Da kann es ja nicht weitergehen, weil da kommt dann die blockierte Tür. Aber da waren noch zwei Räume, die können wir natürlich checken. Ich möchte jetzt erstmal checken, ob ich vielleicht auch in den Speicherraum darf. Toll. Ne, dann lass es. Dann gehe ich erstmal das hier schnell machen. Dann könnte ich das nämlich hier noch schnell holen. Also die zwei Räume hier cleanen. Und dann gehe ich in den Speicherraum speichern. Dann ist der Part nämlich auch voll. Dann passt das schön. Ob da wieder die Zombiehände rauskommen. Boah, das hat mich beim ersten Mal spielen in Teil 2 so geschockt. So, hier ist dieses Konferenzzimmer oder dieses Lehrer-Gedöns-Zimmer. Schulungszimmer nennen wir es einfach mal. Wo Theorie oder Briefings gehalten wurden. Da waren früher nie welche Zombies. Da war nie etwas Böses. Da war nur ein Kamin, den man anzünden konnte. So, und da ist was Neues nämlich. Oh, eine Stars Card. Ja, perfekt. Die brauche ich ja für den Computer. Cool. Was ist denn das für eine Stars Card? Also von wem? NID-Karte? Chills Picture? Das ist meine. Das gehört chill. Ja, perfekt. Ich habe meine Stars Card gefunden. Sag mal, Leute. Kann man die nicht mehr drehen und so? Also, wenn ich Check mache, dann konnte man früher doch die Items drehen und noch ein bisschen was finden und so. Das geht. Die tut halt nicht. Seltsam. Naja, gut, dann halt nicht. Gut. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Da hinten. Aber nee, wir sind... Nee. Ich bin ja voll. Das bringt ja jetzt gar nichts, da umzugucken. Da hinten am Kamin, da geht bestimmt was. Ich muss jetzt mein Zeug loswerden. Da geht ja gar nichts mehr. Wir gehen gleich nochmal hin. Wir gehen gleich nochmal da hin und dann laufen wir den Korridor weiter, weil da noch ein Raum ist. Da war, glaube ich... War da nicht auch eine Kiste? Nein, ist egal. Wer weiß, was da ist. Ich gehe jetzt lieber den einen Zombie blättern. Das müsste von der Munition gerade noch reichen. Weiter geht es dann wahrscheinlich, wenn wir die Treppe hochgehen. Hopp, leg dich hin. Der steht nochmal auf. So. Jetzt ist er kaputt. Please do not leave the darkroom door open. In diesem Speicherraum da hinten gibt es nämlich auch einen Darkroom, wo man Fotos entwickeln konnte. Das weiß ich noch. Copy Paper and Office Sub, please. Äh, braucht alles nicht. Okay. Ich hoffe, das ist immer noch ein Speicherraum. Oh ja, und wie das einer ist. Ach, toll, Leute. Ja, das hier war der Schrank, wo man in Teil 2 die Spezialkostüme bekommen hat. Ich würde hier jetzt Gunpowder bekommen, wenn ich noch Platz hätte. Und deswegen endlich aufräumen hier. Mann, Mann, Mann. Also, das Steinchen kommt erstmal weg. Das wird mir wahrscheinlich erst was bringen, wenn ich zwei davon habe. So. Jetzt holen wir mal das... Die Muni, die werde ich nämlich definitiv brauchen. So, und schon haben wir... Oh, es scheint unterschiedlich zu sein, wie viel so ein Ding es gibt. 17 hat das jetzt einfach mal gebracht. Okay. Wahrscheinlich mindestens 15, maximal 30 oder so. Keine Ahnung. Auch gut. So. Dann würde ich sagen, ich hole jetzt noch schnell das restliche Zeug, falls es da überhaupt noch restliches Zeug gibt. Falls es da überhaupt noch was gibt. Das hole ich jetzt schnell. Und dann können wir das nächste Mal die Treppe hochgehen. Halt da hin. Ja, dauert jetzt halt wieder ein bisschen. Man kennt das ja gerade wegen diesem kleinen Inventar, dieses Hin- und Hergelaufen. Das muss halt sein. Ich will halt natürlich alles mitnehmen, was ich sehe. Ja, schwach sind wir nicht. So, mal gucken, ob da noch was ist für mich. Ja, da liegt tatsächlich... Ach nein, ey, jetzt ist da noch ein Farbband. Wie doof ist das denn? Ich habe jetzt... So was habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch ein Farbband liegt. Toll, und schon wieder bin ich voll, aber vielleicht gibt es ja hier auch nichts mehr für mich. klingt es gleich da was. Okay, das ist nicht wichtig. Da hinten war dieses Bild, dass man... Und der Kamin, dass man brennen musste, hat man was bekommen. Ähm, da liegt... Oh! Okay, Leute, das... Ja, ich hätte mehr Platz schaffen müssen, dass die jetzt so nett zu mir sind. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht gedacht, da gibt es vielleicht noch ein Item oder so, aber nö, da gibt es Farbänder, Muni, alles druff. Ja, das muss ich natürlich jetzt... Na gut, wisst ihr was, dann machen wir es halt doch anders. Das wird mir sonst zu lange. Ich gehe jetzt speichern und das nächste Mal gehen wir hier nochmal hin und zwar mit einem richtig leeren Inventar. Dann werde ich alles sammeln, auch den Raum dahinter noch, falls der aufgeht. Oh Gott, ich hoffe, da kommt kein Licker. Damals haben wir unseren ersten Licker dort hinten gesehen. Naja. Und, äh, ja, dann geht es natürlich auch die Treppe hoch und wir werden dieses Polizeirevier weiter untersuchen, soweit ist das Spiel zulässt. Also ich bin echt so happy, dass wir da nochmal rein duften, auch wenn es nur wahrscheinlich ein kurzer, ein kurzes Vergnügen ist. Aber ich feiere das total. So, die Farbänder stacken, also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da hinten liegen ja auch nochmal welche. Die Karte tue ich raus, weil, ähm, ne, brauche ich erst, wenn ich weiter will. Noch habe ich ja vor mir genug. Ich werde dann nochmal, ähm, im nächsten Part richtig aufräumen, bevor wir da hinten hingehen. Nicht, dass ich dann gleich wieder zurückrennen darf. Schauen wir doch noch kurz in die Dunkelkammer. Zum Abschluss. Vielleicht liegt da noch was. Was, ja, nichts Ungewöhnliches. Okay. Ja, gut. Hier könnte man halt Fotos entwickeln, was wir im Teil 2 auch fleißig gemacht haben. Aber gut. In diesem Teil wohl eher nicht. Das war's dann anscheinend in diesem Raum. Was war denn? Da ist noch was? Nee. Na gut, Leute. Dann gehe ich jetzt speichern und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Part, wenn wir hier weiter erkunden werden. Wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 3. 2. 9.